Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen auf meinem Kanal I Love Kuba. In meinen Videos beschäftige ich mich mit Themen rund um Kuba und lade dich hiermit ein, meinen Kanal zu abonnieren, sofern du es noch nicht getan hast. Ich danke dir. Im heutigen Video möchte ich auf die Kubaner blicken, die es im deutschsprachigen Raum zu einer gewissen Bekanntheit gebracht haben. Durch die Seite kubanews.de bin ich auf diese Idee gekommen. Dort wurde das Thema vor drei Jahren schon mal behandelt. Von daher lasst uns mit dem heutigen Blick nochmal schauen, wen es da so gibt. Bei der Recherche fiel mir auf, dass es gar nicht mal so sehr viele bekannte Kubaner gibt, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Natürlich gibt es lokale Persönlichkeiten, aber über Stadt- oder Bundesgrenzen hinweg gibt es nur wenige. Auf der Seite vom Statistischen Bundesamt Deutschland kann man unter anderem einsehen, wie viele Kubaner in Deutschland registriert sind. Laut dieser sind 8.350 Kubaner in Deutschland, darunter 3.680 männliche und 4.670 weibliche Personen. Ich lebe zwar in Deutschland, aber aus Interesse habe ich auch mal in Österreich und Schweiz nachgeschaut. Laut dem Statistischen Bundesamt Österreich leben 1.079 Personen mit dem Geburtsland Kuba in Österreich. In der Schweiz sind es 1.653. Zusammengerechnet sind es also rund 11.000 Kubaner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Anzahl hält sich also tatsächlich in Grenzen. Da ich nicht allgemein bekannte Kubaner betrachten möchte, soll es heute nur um Kubaner gehen, die im deutschsprachigen Raum Bekanntheit erlangt haben. Die Auflistung wird heute also nicht sonderlich lang werden. Beziehungsweise würde ich diese nur künstlich durch lokale Persönlichkeiten in die Länge ziehen. Ich denke jetzt schon darüber nach, mal ein Video zu machen zu den allgemein bekannten Kubanern in der Welt. Denn hier ist die Liste definitiv länger. Okay, starten wir mit dem aktuell wohl bekanntesten Kubaner. Jorge González. Der studierte Radioökologe wurde vor allem durch seine Auftritte als Choreograf und Model bei Germany Next Topmodel bekannt. Seitdem ist er aber auch in anderen Shows aufgetreten und ist eine feste Größe im deutschsprachigen Showbusiness. Er lebt in Hamburg. Der nächste auf meiner Liste ist Roberto Blanco. Er selbst ist zwar in Tunesien geboren, aber seine Eltern sind Kubaner. Weswegen er selbstverständlich auch ein Kubaner ist. Er tritt seit den 50er Jahren als Musiker und Schauspieler in Erscheinung und wird wohl jedem ein Begriff sein. Zuletzt wurde es eher ruhiger um ihn, aber er ist auch schon stolze 84 Jahre alt. Da kann man auch mal ruhig machen. Er lebt zur Zeit in der Schweiz. Zu einer gewissen Bekanntheit hat es 2009 seine Tochter Patricia Blanco geschafft. Diese war 2009 bei Big Brother zu sehen und wandert seitdem von einer Reality TV Show zur anderen. Schauen wir mal in die Welt des Sports. Ornel Hernandez ist ein Fußballspieler, genau genommen ein Stürmer, welcher in Kuba geboren wurde, jedoch seit seinem sechsten Lebensjahr in Deutschland lebte und aufgewachsen ist. Er spielte unter anderem für Arminia Bielefeld, Werder Brems Zweite und Eintracht Braunschweig. Er spielt zur Zeit für den englischen Verein FC Middleborough. Bleiben wir bei den Namen Hernández. Johann Pablo Hernández ist ein ehemaliger Profiboxer und IBF-Weltmeister im Cruisergewicht. Er begann seine Profikarriere 2005, beendete diese 2015 dann aber frühzeitig aufgrund gesundheitlicher Gründe. Ricardo Bacajau erlangt 2016 eine gewisse Bekanntheit. Er ist Dokumentarfilmer und lebt zeitweise in Berlin. Er zeichnet sich verantwortlich für den Film Cubans at the edge of the Berlin Wall, welcher sich mit der Entscheidung vieler Kubaner befasst, nach dem Berliner Mauerfall in Deutschland zu bleiben. Wie schon anfangs gesagt, waren die Recherchen nicht unbedingt so ergiebig im Ergebnis. Das sind die kubanischen Persönlichkeiten, welche im deutschsprachigen Raum Bekanntheit erlangt haben. Zumindest diese, die ich gefunden habe. Kennt ihr noch weitere? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich werde definitiv auch noch ein Video zu allgemeinen Persönlichkeiten aus Kuba machen. Das wird aber noch eine Weile auf sich warten müssen. Der Grund ist halt, wir sind jetzt Ende des Jahres. Ich hatte in dem einen oder anderen Video auch mal erwähnt, dass ich tatsächlich, insofern alles planmäßig läuft, im Januar nach Kuba fliege. In Kuba werde ich da auch entsprechende Videos produzieren. So zumindest der Plan. Von daher ist da die Zeit bis dahin nicht mehr allzu lang. So viele Sonntage kommen da jetzt auch nicht mehr. Von daher, so ein Video mit kubanischen Persönlichkeiten werde ich dann wohl auch nach dem Kuba-Urlaub machen. Beziehungsweise nach den Videos, die halt auch in Kuba entstehen. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht das Abo. Sofern das noch nicht geschehen ist, würde mich auf jeden Fall freuen an der Stelle. Von daher bleibt mir nichts weiter zu sagen, als wir sehen uns spätestens am nächsten Sonntag zum nächsten Video. Bis dahin, Saludos, Ciao! 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 Ciao!